Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. In weniger als 14 Tagen ist ja bereits wieder Weihnacht. Und wenn Sie noch eine schöne Geschenkidee suchen, kommen Sie doch bei Kopen mal vorbei. Sie finden bestimmt etwas Passendes. Etwas Praktisches, was man dann auch gerade gut über die Festdecke brauchen kann, das ist sicher die Fritteuse Satrap Midi Fritte, die sich auch sehr gut für kleine Portionen eignet. Wie wäre es mit dem vielseitigen Handrührwerk Satrap Mixet? Oder glatt ist der Satrap Sandwich Maker? Und ein besonders willkommenes Geschenk ist sicher die Espressomaschine Satrap Espresso Vap. Alle die Satrap Geschenkvorschläge, die offeriert Ihnen die Kopie übrigens zurzeit besonders günstig. Spielsachen, die jedes Kinderherz höher schlagen lassen, finden Sie natürlich auch bei Gop. Lustige Plüschfiguren, schnelle Wägen und Glänzfahrzeuge, ein Flughafen mit allem Drum und Dran und unterhaltsame Spiele für die ganze Familie. Alles, was es braucht für einen festlich deckten Tisch, das kann Ihnen das Gop Warenhaus bieten. Angefangen beim schönen Damastischstuch mit Servietten, über Porzellangeschirr Nora, den Kristallgläser Charisma, bis zu der Besteckserie Pia. Sie sehen also, Ihr Scope-Center oder Gop Warenhaus macht Ihnen das Schenkenlicht. Und jetzt zu weiteren aktuellen Informationen. Aus solchen verwöhnten Ländern kommen mondiale Früchte. Sie haben das ganze Jahr Saison und sind darum sehr beliebt für die Zubereitung von feinen Fruchtdesserts. Gerade jetzt offeriert Ihnen Gop verschiedene Mondialfruchtkonserven, besonders günstig. Nach allen Regeln von der Confiseur-Kunst sind Arnie Praliné hergestellt. Arnie offeriert Ihnen eine grosse Auswahl an feinen, zart schmelzenden Praliné zum Schenken oder selber geniessen. Topmodisch und quarzgenau ist die neue Schweizer Uhr-Dynastie für Damen, Herren und Kinder. Dynastie-Uhren gibt es in verschiedenen Modefarben und sie sind trotz der modernsten Quarztechnik unglaublich günstig. Zu den Festtagen gehört natürlich auch ein festliches Essen und darum schalten wir jetzt um in die Studioküche zum Coop-Rezept von dieser Woche. Der Coop-Metzger empfiehlt uns für die Festtage ein Lammkarribrot. Einen solchen Lammkarri sollten Sie schon ein paar Tage im Vorhaus bestellen. Es braucht für sechs Personen anderthalb bis zwei Kilo. Das Fleisch gut mit Salz und Pfeffer einreiben. Und dann 20 Minuten in sehr gut vorgeheizten Ofen schieben. In dieser Zeit machen wir eine Würzpaste aus Paniermehl und Senf, Zitronensaft, fein gehackten Peterli, Knoblauch, Timian, Salbei und Rosmarin. Die Pasten streichen wir dann auf unser Lammkarri. Und dann schieben wir es noch einmal 20 Minuten in den Ofen. Oder nur 10. Je nachdem, ob Sie es gerne rosa oder Dauernbrote haben. Wir richten das Lammkarri auf einem vorgewärmten Teller an, servieren es mit Bohnen, gedämpften Tomaten und Bommeduchesse. Das Rezept steht in der Coop-Zeitung eine gute. Soviel für heute, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir wünschen Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Achten Sie aber noch auf die Aktionen, die gerade kommen. Es lohnt sich wie immer. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop zwei Beutel Gala, chinesische Nudeli, statt 4,20 für nur 23. Coop Mineralwasser, statt 50 Krabben, nur 40 Krabben. Zwei Stück Tom Vaudoise, statt 2,60, nur 2,10. Zwei Stück Frischkäse Tartar, statt 3,80, nur 3,10. Und nur Mon über Mon und am Samstag ein Frischbackbutterzopf, statt 2,70, nur 2,20. Eine Schwarzwälder Roulade, statt 24, nur 3,30. Novelina Blondorange aus Spanien, ein Netz an 2 Kilo, nur 2,10. Tragtaschen an 4 Kilo, nur 3,90. Auf Wiedersehen.